einen wunderschönen guten tag willkommen zurück bei high key es gibt ein neues update und dementsprechend natürlich neue level in der heutigen episode fünf weitere level außerdem haben sie nun eingeführt dass wenn man ein level beendet man sieht um wie viel man besser oder schlechter war und bevor wir loslegen gucken wir die speedrun liste rein die aktuellste wenn ich denn hier noch mal ganz kurz ins spiel reinkommen hier wir sehen natürlich meth dragon hat schon den rekord aufgestellt knapp unter 12 und halb minuten nur 72 tode was für ein typ leider hat er keinen youtube channel zumindest habe ich keinen gefunden unter dem namen aber wir werden es sehen wir springen rein level 41 mal gucken was da auf uns wartet ich bin gespannt okay wir sind unter wasser und wir haben wieder so einen schnellen doppelsprung hier das macht mir ehrlich gesagt hier sorgen weil ich da rauskommen muss ich will da leicht anlauf nehmen geht das war dumm wir tun zunächst einmal das weg machen ich bin mir nicht ganz sicher schön wenn es gleich so anfängt weil ich muss da mehr schwung haben so komme ich durch sehr gut okay jetzt können wir da erst mal rot weg machen aber jetzt stehe ich hier fest an die da ist eine wand alles klar das hatte ich nicht gesehen hoch springen und dann ja wenn man dann auch zeitgleich noch den richtigen knopf drückt hat man auch eine chance weiter zu kommen was ich schon mal gut finde ist man hat hier kein zeitdruck dass direkt im hintergrund schon ein laser auf wartet schade da habe ich total vermasselt das immer wieder wiederholen des gleichen sprunges ist nicht meine stärke oder es zumindest regelmäßig hinzukriegen ich bin froh dass ich diesen einen sprung dahin bekommen habe aber durch meinen tod muss ich ja von vorne anfangen und ich muss ihn noch mal hinkriegen vermasselt ich weiß nicht wie ich das getimt hatte eventuell bis ganz kurz an die wasseroberfläche und dann den zweiten sprung noch ein bisschen knapper richtung dornen wieder ganz knapp gescheitert und vermasselt jetzt bin ich ein tick zu weit gegangen da bin ich natürlich in die spikes schon reingesprungen ich bin mal gespannt wie schnell wir vorankommen und wie viele folgen ich diesmal brauche ob es vielleicht noch mal eine donnerstags zwischen vorgegeben wird weil ich es nicht innerhalb von zwei episoden schaffe diese fünf level zu lösen oder so knapp der sprung da habe ich vermasselt nicht auf e gedrückt na also den haben wir jetzt können wir rot weg machen damit ich hier ruhe habe okay hoch springen und dann kuh drücken na also so jetzt können wir uns rechts den weg machen und dann müssen wir da knapp durch ich weiß nicht ob ich oben auf dem stern drauf stehen kann da bockt halt der laser ist weil ein sprung von da unten durch wird nicht so leicht vor allem weil ich im sprung noch kuh drücken muss verdammt das war gar nicht so schlecht wieder zu weit oh da hat man den schrei gehört nee viel knapper ja ja oh komm der war doch schon durch ich habe das doch schon innerlich gefeiert dass ich diesmal nicht ganz so viele anläufe gebraucht habe um wieder den fortschritt über dieses ding hinweg zu machen naja dann halt nicht der wird nichts hätte ich zurück gehen sollen nochmal neu ansetzen nee ich müsste das genau anschauen was ich gemacht habe um es dann im besten fall zu wiederholen das wird nichts man ich bin gespannt was das war dumm ich bin gespannt was sie noch für level sich überlegt haben ne 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 viel später abspringen na also so kann ich da wieder stehen bleiben danke wow dann habe ich den sprung wieder vermasselt ja fortschritt aktuell eher mangelware wenn man das so sehen will ein drittel der folge ist um und ich habe bisher nicht mich das erste level lösen können ich würde dann gerne ein paar leichtere level anschluss sehen damit wir wenigstens sowas wie fortschritte bekommen ich glaube ich muss wirklich leicht hier laufen und dann den schwung mitnehmen das könnte es sein nein 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 fast vermasselt wieder vermasselt wieder es muss doch konstanter hinzukriegen sein zu knapp ich habe da immer sorge dass ich zu weit nach links gehe beim springen und dann eben in die spikes in den spikes lande ok man kann sich da hinstellen perfekt ich hatte da schon sorge aber wir haben ein level geschafft yes weiter gehts level 42 ok ok den weg machen das ist jetzt äh mission impossible hier nein 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 ok jawohl beim ersten versuch endlich erfolg ich verbuche das als erfolg sagen wir es so oh dich habe ich nicht kommen sehen aber ich hätte dich einfach unsichtbar machen können ok ok also wir haben da noch einen blauen laser der sich ebenfalls bewegt alles klar alles klar alles klar nein ich hätte nochmal drücken müssen aber das ist der weg so wir warten bis der wobei ich hätte schnell machen können so das machen wir nämlich so und dann habe ich ein problem wie gehts weiter muss ich unten rum wahrscheinlich ok jetzt sind wir hier wir haben jetzt hier einen grünen der sich bewegt wir haben unten einen blauen der sich bewegt und wir haben einen roten der sich ebenfalls nochmal vertikal bewegt der hier kommt ok ich hätte weiter gehen müssen jetzt haben wir aktuell blau nicht beschädigt wir müssen grün weg machen rot scheint da drüben kurz zu verweilen ne das ist ein anderer roter das heißt wir machen gleich einen doppelsprung über das hinweg ich hätte da gar nicht das ding weg machen dürfen ok so weil wir hier Schutz haben aber ich kann nicht mehr springen das habe ich nicht bedacht ich darf also nur einen einfachen sprung darüber machen und dann an dem hängen bleiben das war zu früh ich glaube ich werde mir mal jetzt ab und zu mal eine pause gönnen im sinne von ich werde jetzt da in die mitte springen und dann escape drücken weil jetzt können wir ganz kurz mal analysieren ich brauche den moment also wenn wir hier sind sind wir sicher vor dem blauen ich muss hier gegen gehen um neuen sprung zu bekommen rot ist aktiv aber ich habe hier einen blauen der kommt und der grüne bewegt sich auch noch rüber das heißt ich werde jetzt hier gegen fahren muss blau unsichtbar machen also erstmal e drücken sobald ich ein Stück nach rechts bin e drücken damit ich vor blau sicher bin hier gegen gehen dann muss ich mich hier hoch bewegen auf dem punkt werde dann wahrscheinlich grün schon weg machen müssen weil grün von links kommt darf aber nicht direkt grün weg machen sonst erwischt mich blau also muss ich hier noch rüber springen muss aufpassen dass der rote der von rechts kommt mich nicht erwischt also ein schneller grün rot wechsel wird hier notwendig sein theoretisch also jetzt blau weg machen ok das war so nicht geplant aber wir lassen es mal so stehen zu früh aber wir haben jetzt wenigstens in der Theorie schon mal mitbekommen was wir machen müssen so jetzt kann ich hier springen so ich hätte blau weg machen müssen so grün weg machen der sprung so wenn ich hier bin muss blau weg da muss ich rüber dann habe ich wieder ein problem zu früh ok weiter sprung weiter sprung rüber blau weg machen ah da bin ich in den roten reingesprungen verdammt und jetzt kann ich rüber ok ok jetzt habe ich nur ein problem nein ich bin hier ok ich komme weiter ähm und ich bin tot weil ich zu viel gesprungen bin 3 2 1 jetzt 3 2 oh da hat er mich von unten erwischt ich glaube wenn ich da einen weiten sprung mache könnte ich es vom grün bis rechts an die wand schaffen das ist jetzt erstmal die idee die ich verfolgen möchte so den weg machen nein das ist knapp ich glaube es ist machbar ok so geht es auch einfach drüber hinweg warum nicht ok hier gegen hier gegen rot weg machen und den weiten sprung ich glaube es klappt doch nicht so neuer versuch blau weg machen jetzt habe ich ein problem ok jetzt habe ich schon wieder diesen kurzen drang es noch schneller zu schaffen weil das warten hier kann nicht die lösung sein das macht null sinn ich denke der sprung ist machbar oder oder ist er ganz leicht nicht machbar ich bin mir nicht sicher 3 2 1 jetzt so und wenn wir hier sind machen wir blau weg wir gehen hier auf rot ich glaube der ist so nicht machbar wenn ich es so schnell mache komme ich auch durch ich ich muss halt nur hier warten ich hätte auf q drücken müssen ok jetzt habe ich hier ein problem oder es ist viel gedrücke also im sinne von ich muss viel wechseln welche farbe gerade aktiv ist ich bleibe erstmal bei der wartetechnik gefühlt war die irgendwie am erfolgversprechendsten jetzt jetzt ok jetzt bin ich hier ok ich werde also jetzt von hier einen doppelsprung machen müssen hoffentlich kommt der rote nicht so weit ok grün ist aktuell gefährlich aber wir haben da unten grün und rot das heißt ich kann da unten das gar nicht weg machen ok doch rot ist das nur ich hatte irgendwie diesen diesen effekt da unten wirkte grün ja ins ziel gekommen wie es allerdings weitergeht würde ich sagen seht ihr es beim nächsten mal weil es sind noch zwei level zu lösen und ich weiß nicht ob ich die so schnell schaffen werde dementsprechend vielen dank fürs einschalten euch noch einen schönen tag und denkt dran heiki das spiel wird bis auf 80 level ausgeweitet und es gibt es natürlich auf steam link in der video beschreibung auf wiedersehen bis zum nächsten Mal